willkommen auf sound.de wir messen diesmal eine hyphonix triton monoblock endstufe und jetzt geht es einmal an die verkabelung wie immer mit ofc kupferkabel gibt es bei uns auch im shop für eine ordentliche stromversorgung leistungsangabe von hyphonix ist hier 250 watt rms an 4 ohm und 450 watt rms an 2 ohm die stufe ist offiziell nicht 1 ohm stabil und dann schauen wir doch mal wie viel leistung hier rauskommt und zwar fangen wir wie immer an mit dem amp dyno ad1 und zwar im certified mode das bedeutet wir gehen bis maximal ein prozent verzerrung messen da die leistung bei 40 hertz weil es jetzt hier ein monoblock ist das heißt die ist nicht vollbereichsfähig also 40 hertz andere endstufen messen wir mit 1 kilohertz 250 soll sie haben 265 an 14,33 volt also lichtmaschinenspannung bei euch im fahrzeug 41 ampere fließen da das heißt da sollte es schon ein 16 quadrat kabel auf jeden fall sein und wir gehen direkt weiter mit 2 ohm schlag auf schlag und 430 an 14,35 volt und es fließen 71,4 ampere so schnell geht's leistungsdaten erfüllt und jetzt wechseln wir mal in den wie ich finde viel interessanteren dynamic power run mode das bedeutet wir messen mit kurzen tönen und simulieren damit die musik also quasi den bass im auto und wie wir sehen 290 296 kriegen wir die 3 300 jawohl jawohl an 14,8 volt das heißt wir müssen ein kleines bisschen abziehen weil ihr mal habt im auto wahrscheinlich 14,4 2 ohm 502 an sehr realistischen 14,33 volt die leistungsaufnahme kriegen wir leider nicht gemessen wie ihr hier rechts seht oder gesehen habt 71 ampere standen immer noch da das messgerät obwohl es eine fluggestromzange ist ist nicht schnell genug oder der wert ist nicht lange genug da und jetzt machen wir das mal was ihr nicht machen solltet 1 ohm kann sie wir haben das mehrfach getestet 800 watt kommen da raus an 14,7 volt und dann sind wir hingegangen und dann sind wir hingegangen und haben mal 0,8 ohm probiert und da schaltet es ab 800 watt kommen raus und dann wird abgeschaltet also bitte nicht nachmachen in diesem sinne hier nochmal die ganzen werte in der übersicht 265 und 430 im certified mode und burst haben wir ein bisschen mehr 300 500 und 800 der eigentlich nicht freigegeben ist also bitte da vorsichtig sein wenn ihr eure endstufe messen lassen wollt dann bitte einfach zu uns schicken wir testen gibt ein zertifikat und ein video tschau 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 tsch